Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Baselstadt. Wir sind hier in das Zelt auf der Rosenthalanlage in Basel. Mein Name ist Nadja Hauser und ich bin Festivalleiterin von Young Stage International Circus Festival Basel. Young Stage ist ein internationales Zirkusfestival für junge Profi-Artisten aus der ganzen Welt. Es ist das einzige Zirkusfestival in der Schweiz. Bei uns sieht man vor allem sehr moderne Darbietungen von jungen Artisten bis maximal 27 Jahre. Die haben ihre Ausbildung in einer Zirkusschule erst gerade abgeschlossen. Dann zeigen aber auch den moderne Zirkus den Zirkus der Zukunft. Unser Young Stage Festival ist ein grosses Projekt geworden. Es braucht viel Infrastruktur, viel Technik. Artisten müssen aus der ganzen Welt werden eingeflogen. Dementsprechend sind wir sehr dankbar, dass uns unter anderem Swiss Los unterstützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017